Und die Königin raus Und die Grenzen Und die Königin raus Und die Königin raus Und die Grenzen Wieder Dann wachte Alice auf und bemerkte, dass alles was sie im Wunderland erlebt hatte, nur ein Traum gewesen war Nein! Das soll das Ende sein? Ja Was ist das denn für ein blödes Buch? Wir können doch jetzt nicht einfach aufhören! Raus hier! Das kann doch nicht das Ende sein, das ist etwas langweilig! Wir können doch jetzt nicht aufhören! Nein! Dann müssen wir noch die Grenzen wieder aufmachen! Die Grenzen müssen auf sein! Und wir müssen hier nacken! Und wir müssen hier nacken! Und wir müssen hier nacken! Ja! Wurde! Oh, zu mal! Oh! Oh, okay! Hör auf Sie! Hör auf Sie! So, ich würde gern meinen Toulouse Oh, die Raube wird es nicht. Ich bin der riesige Pfiff. Ja, der Wart ist schon aufregend. Komm, komm mit. Frühstück ist fertig. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ansonsten können wir gleich den Kuchen anschleiten. Dankeschön. Applaus 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 Applaus